Bevor Sie beginnen. Sie benötigen Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Aktivierungskennwort. Sie benötigen außerdem Ihre Serveradresse oder Ihre Aktivierungs-URL. Um Ihr Gerät auf BEST12 zu aktivieren, müssen Sie den BEST12-Client installieren. Öffnen Sie den App Store. Tippen Sie auf Suchen. Geben Sie im Feld Suchen BEST12-Client ein. Tippen Sie auf Suchen. Tippen Sie auf das Herunterladen-Symbol. Tippen Sie auf Öffnen. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung. Tippen Sie auf Ich stimme zu. Geben Sie im Feld E-Mail Ihre E-Mail-Adresse ein. Tippen Sie auf Öffnen. Wenn Sie nach Ihrer Serveradresse gefragt werden, geben Sie sie in das Feld Serveradresse ein. Diese nennt sich auch Aktivierungs-URL. Sie finden Ihre Aktivierungs-URL in der Aktivierungs-E-Mail, die Sie von Ihrem Administrator oder im BEST12-Self-Service erhalten, wenn Sie Ihr eigenes Aktivierungskennwort festlegen. Tippen Sie auf Öffnen. Wenn Sie in der Aktivierungs-E-Mail von Ihrem Administrator Zertifikatsinformationen erhalten haben, bestätigen Sie, dass die hier angezeigten Zertifikatsinformationen mit den erhaltenen Informationen übereinstimmen. Tippen Sie auf Annehmen. Geben Sie im Feld Kennwort das Aktivierungskennwort ein. Sie finden Ihr Aktivierungs-Kennwort in der Aktivierungs-E-Mail, die Sie von Ihrem Administrator erhalten haben, oder Sie können Ihr eigenes Kennwort mit dem BEST12-Self-Service einrichten. Tippen Sie auf Mein Gerät aktivieren. Tippen Sie auf OK. Tippen Sie auf Installieren. Tippen Sie auf Weiter. Tippen Sie auf Installieren. Tippen Sie auf Vertrauen. Tippen Sie auf Fertig. Der Aktivierungsprozess ist abgeschlossen.